Symbiose bezeichnet in Europa die Vergesellschaftung von Individuen zweier unterschiedlicher Arten, die für beide Partner vorteilhaft ist. Ausgehend von seinen Arbeiten an Flechten schlug Anton de Barry 1878 auf der 51. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Kassel vor, die Bezeichnung Symbiose für jegliches Zusammenleben von ad verschiedenen Organismen, also auch für den Parasitismus in die Biologie einzuführen. In diesem weit gefassten Sinn wird die Bezeichnung Symbiose noch immer in der US-amerikanischen Literatur für sämtliche Formen des ko-evolutionär, entstandenen Zusammenlebens, vom Mutualismus über den Kommensalismus, den Neutralismus bis hin zum Parasitismus verwendet. In Europa wurde die Bezeichnung Symbiose dagegen für den eingangs definierten engeren Begriff verwendet. Bei Symbiosen zwischen Lebewesen, die sich durch ihre Größe erheblich unterscheiden, bezeichnet man den größeren Partner oft als Wirt, den kleineren als Symbiont. Häufigkeit von Symbiosen Der größte Teil der Biomasse auf der Erde besteht aus symbiotischen Systemen, da ein großer Teil der Bäume und Sträucher auf Bestäubung durch andere Spezies angewiesen ist. Hinzu kommen die Flechten, eine symbiotische Lebensgemeinschaft zwischen einem Pilz und Grünalgen oder Cyanobakterien. Viele im flachen Wasser lebende Sessailwirbellose Meerestiere wie Feuerkorallen, die meisten Blumentiere sowie die Riesenmuscheln leben mit Photosynthesebetreibenden Zoxantellen zusammen. Ein weiteres Beispiel sind die Magen- und Darmbakterien der Tiere, die etwa bei Wiederkäuern den Aufschluss zellulose reicher Pflanzen Nahrung ermöglichen. Unterscheidung nach dem Grad der wechselseitigen Abhängigkeit Eine Unterscheidungsmöglichkeit verschiedener Symbiosenformen ergibt sich aus dem Grad der wechselseitigen Abhängigkeit der beteiligten Arten. Protokooperation Lockerste Form einer Symbiose Beide Arten ziehen zwar einen Vorteil aus dem Zusammenleben, sind aber ohne einander gleichwohl lebensfähig. Mutualismus Regelmäßige, aber nicht lebensnotwendige Beziehung der Symbionten Eusymbiose Auch obligatorische Symbiose Bei der Eusymbiose sind die Partner alleine nicht mehr lebensfähig. So kultivieren Blattschneider Ameisen in ihrem Bau Pilze, von denen sie sich ernähren. Die Pilze wiederum können sich ohne die Ameisen nicht vermehren. Punkt Unterscheidung auf der Basis der räumlichen Beziehung Eine Unterscheidung verschiedener Symbioseformen ergibt sich aus der räumlichen oder körperlichen Beziehung der beiden beteiligten Arten. Ektosymbiose Die Partner einer Symbiose bleiben körperlich getrennt. Endosymbiose Einer der Partner wird in den Körper des anderen aufgenommen. Die Endosymbionten-Theorie besagt, dass Eukaioten dadurch entstanden sind, dass prokaryotische Vorläuferorganismen eine Symbiose eingegangen sind. Punkt Unterscheidung nach der Art des erzielten Nutzens Eine Unterscheidung von Symbioseformen ergibt sich aufgrund der Art des erzielten Nutzens für die beiden beteiligten Arten. Fortpflanzungssymbiose Ein Beispiel für Fortpflanzungssymbiose ist die Symbiose zwischen Bienen und Blütenpflanzen. Die Biene nimmt den Nektar der Blüten als Nahrung auf. Dabei bleiben die Pollen der Blüte an ihr hängen, welche die Biene dann weiter trägt und damit eine andere Blüte bestäubt, so dass diese sich vermehren kann. Diese wird Zoophilie genannt und ist der normale Akt der Bestäubung von Blütenpflanzen durch Insekten oder Vögel, wobei die Insekten bzw. Vögelnektar, aber auch Pollen als Nahrung erhalten. Symbiose zum Schutz vor Feinden Ein Beispiel für diese Symbiose ist die Beziehung von Ameisen zu Blattläusen. Die Ameisen geben den Blattläusen Schutz vor Feinden. Im Gegenzug lassen sich diese von den Ameisen melken. Sie sondern eine Zuckerlösung ab, welche die Ameisen zu sich nehmen. Weitere Beispiele Transport von Pflanzensamen durch Tiere, wobei Tiere die Früchte fressen und die Samen an einem anderen Ort wieder ausscheiden oder die Samen an Tieren vorübergehend anhaften. Blechten bestehen aus Algen und Pilzen, wobei die Algen durch Photosynthese Kohlenhydrate produzieren, die von den Pilzen aufgenommen werden, während die Pilze den Algenwasser und Nährsalze liefern. Ameisen beschützen Blattläuse, wobei sie im Gegenzug von diesem Zuckerwasser erhalten. Bei manchen Ameisenarten wie den Blattschneiderameisen werden regelrechte Pilzfarmen innerhalb der Ameisenbauten angelegt, in denen bestimmte Pilze mit Pflanzenresten gedüngt und von Spuren schädlicher Schimmelpilze gereinigt werden. Teile der Pilze dienen den Ameisen als Nahrung, diese Symbioseform heißt Mymekophilie. Myko-Hitza-Pilze entziehen Bäumen oder anderen Photosynthese, betreiben in den Pflanzen Kohlenhydrate und liefern im Gegenzug Mineralstoffe und Wasser aus. Im Boden Myko-Hitza ist für alle Orchideen, aber auch für viele andere Pflanzenarten obligatorisch. Die Hautparasiten von Großsäugern werden von Putzervögeln abgefressen. Das gleiche Phänomen gibt es bei Putzerfischen, die sich an Großfische heften und Parasiten von deren Haut abfressen. Im Yellowstone Nationalpark in Nordamerika wurde eine Symbiose zwischen drei Arten nachgewiesen, einem Rispengras, einem Schimmelpilz und einem Virus. Dort gibt es viele heiße Quellen, in deren Umgebung auch der Erdboden erhitzt wird. Das Grassicenthelium lanogenosum toleriert aufgrund einer Symbiose mit dem Pilz Curvularia protuberata im Wurzelbereich noch Temperaturen von beinahe 70 Grad Celsius. Sowohl der Pilz allein als auch das Gras allein können nur ca. 38 Grad Celsius überstehen. Zwingend nötig bei dieser Symbiose ist der dritte Beteiligte, das Virus CTHTV, das den Schimmelpilz befällt. Wird dieses Virus entfernt, verliert der Schimmelpilz seine Hitzebeständigkeit und mit ihm geht auch das Gras an den heißen Standorten zugrunde. Sulfidoxidierende Chemoautotrophe Bakterien leben als Endosymbionten innerhalb der Zellen von Polychäten oder zwischen den Zellen von Oligochäten, sowie als Ektosymbionten auf der Oberfläche von Einzellerkolonien wie Suthemium Niveum. Sie erhalten durch diese lebensweise optimale Konditionen innerhalb des sulfidreichen Milieus an Hydrothermalquellen wie den schwarzen Rauchern der, Tiefsee oder in der Nähe verwesende organischer Stoffe im Flachwasser und werden durch ihre Wirte teilweise verdaut. Diese Symbiose ist bei den Bartwürmern so eng, dass die Tiere im ausgewachsenen Zustand keine Mundöffnung besitzen und keine externe Nahrung mehr aufnehmen. Einsiedlerkrebse leben gelegentlich in Symbiose mit einer Seanemone, die sich auf seinem Gehäuse festgesetzt hat. Die Seanemone schützt den Einsiedlerkrebs vor Fressfeinden, der Einsiedlerkrebs transportiert die Seanemone zu neuen Futterplätzen. Außerdem bekommt die Seanemone auch etwas von der Beute des Einsiedlerkrebses ab. Pflanzen können endophytische Bakterien aufnehmen, zum Beispiel die Kapuzinerkresse. Endosymbiontentheorie Die Endosymbiontentheorie besagt, dass die Mitochondrien und Chloroplasten, Zellorganellen in Neukaryoten, zu einem frühen Zeitpunkt der Evolution aus endosymbiotisch lebenden Prokaryoten entstanden sind. Hierfür sprechen die Übereinstimmungen im strukturellen Aufbau und in den von den Wirtszellen abweichenden, aber mit den Prokaryoten übereinstimmenden, biochemischen Merkmale. Des Weiteren vermehren diese Zellorganellen sich durch Teilung, genau wie Bakterien es tun. Symbiogenese Die Aufnahme von Endosymbionten ist ein Beispiel dafür, dass symbiotische Lebensgemeinschaften im Laufe der Evolution so eng werden können, dass es sinnvoll ist, diese als neu gebildete biologische Arten zu betrachten. Dieses Entstehen einer neuen Art durch Verschmelzung von Symbionten wird als Symbiogenese bezeichnet. Die Bedeutung der Symbiogenese wurde in neuerer Zeit durch die US-amerikanische Involutions-Biologin Lynn Magulis stark betont. Nach ihrer Theorie gehört Symbiogenese zu den wichtigsten artbildenden Mechanismen überhaupt. Das war die Überzeugung von Symbiogenese zu verbriefen. Das war die Überzeugung der Hauptgruppe. Das war die Überzeugung der Aufnahme der Hauptgruppe. Vielen Dank.